Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Chivalry Medieval Warfare Together und diesmal sind wir nicht zu dritt sogar. Ja nicht nur der Tuskuller der hier so Mongo mäßig rumdanzt, sondern wir haben noch den Eislöwe mit im Boot. Hallo. Moin Eislöwe. Oh jetzt hab ich dich gepiekt, ja sorry. Nicht Teamkillen wie gestern. Wie unser schöner Eislöwe das schon aufgemacht hat. Ja Eislöwe ist auch mit der fetten Armbrust unterwegs und leider ein Gegnerteam ab und ja ich würde sagen den holen wir uns jetzt mal. Schuss auch da. Meiner. Nein. Moins. Na komm ohne meine Hilfe hättest du dir nie gekillt. Mann die wollen hier alle hoch die Lappen hier. Oh ich sollte mal die Stoppuhr betätigen hier damit ich auch weiß. Die wollen alle on stage hier. Die wollen alle on stage. So. Nein. Da wurde ich weggesnickt. So. Gehen wir mal hier runter. Boah fuck. Ja du sollst es am besten nicht runterstreichen. Ja bin ich jetzt. Fieke. Und da bin ich auch schon down ohne Mann ey. Oh warte Mann. Ja aber die Map kenne ich auch noch nicht. Die hab ich auch noch nicht gezockt. Ich schon aber du spielst zum Teil voll verbuggt ey. Ich bin grad durch welche durchgesprungen. So jetzt bin ich bei euch jetzt auch ein Team. Hammer geil. Hammer geil. Ja. Dann zeig wo deine Kochanis ist doch. Ja klar. Zeig deine Kochanis. Zeig deine Kochanis. Wir brauchen Eier. Hahaha. Oh mein Gott ey. Weil so geht's denn hier lang. Wo sind die Gegner. Oho. Vollhorst. Ja. Ja. Ey. Ich gebe euch mal ein Geschenkler. Bitteschön. Ey. Ihr sollt mich nicht Team killen ihr Lappen. Ja irgendeiner hat mir auch einen mitgegeben. Ja das war dann unser schöner Freund für uns. Boah das gibt's doch nicht. Boah geköpft. Big Bad Wulf. Big Bad Wulf hab ich geköpft. Scheiße ich bin doch ganz braun. Von hinten. Ich bin auch so ein Big Bad Wulf ey. Okay. Also in der letzten Folge lief das definitiv besser für mich. Minimal. Minimal. Oh 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 oh. Ja. Oh da kommt schon einer hier die Treppe hoch. Ey. Boah. Und bleibt mein Teil. Einfach den boh runterspecken. Jawoll das war mein Kill. Jawoll. Übrigens wir alle also Wicked und ich spielen noch mal der Hitl. Und Eis überspielt schon mit der Helle Bader Suchtkind. Ja ich hoffn nicht bald auch. LOL. Ich erstmal Team killen. Erstmal Team killen. wird alles weg. Einfach Wicked. Ja ich bin nicht. Ja. Oh nein. Das kann sein. Minimal. Ja. er ist er wird an der Art die Berge um mit die Becken kommen in der Hände muss er eins drücken im Riesponsum bei Riesung ich weiß nicht ja ja der Erzbund hier bei den Gegnern weil das F1 nicht mehr funktioniert hat Rennschlampe aber das Bogen schützt immer das ist scheiße und den Fall der Beutelort ein liebster ist er sich mit der Rollen Kälte scheiß Armbusschütze den und Vogelschütze ich habe er ist auch du dich bettelst ja endlich Oh nein, kommt schon zwei Stück. Komm zu mir. Ich rape die weg. Komm zu mir. Ja, ja, ich bin gleich da. Warte. Oh fuck, ich wäre fast in die Lava gesprungen jetzt. Falscher Weg. So. Wah. Dann bin ich verrückt. Bam. Weg du Lappen, ey. Oh ja, genau. Oh, schönen Headshot in der Armbrust. Alter. Das geht nur an dem Teamkill, ne? Mhm. Das war voll... Ist gesprungen, ich kann nichts dafür. Alter, dein Mund. Oh, Alter. Das ging schnell. Ja, da hast du ihn nicht mehr gekriegt, wa? Wer? Du. Ey, ich bin voll reingeglitscht, Alter, in den Wagen. Was machen die denn mit dem Wagen? Die sollen ihn schieben und nicht drauf rumstehen. Wie bei MW3 epischer Realismus. Oh. Oh, ja, genau. 4 auf 1, ist klar. Weil wir sind gerade mehr als 4, minimal. Oh, hätte der gesessen, hätte der gesessen, war hätte ich so ein Glück, als wäre es nicht mehr nochmal gewesen. Ich will wieder Bogen schützt sein. Oh. Ja, das tut er behindert, das Limit, ne? Ja. Boah, die sind schon gut, ja. Wie Kitt? Nein, war Spaß. Der Wie Kitt? Ja. Wie MC immer sagt, Fick it, ne? Ähm, ich würde mal sagen, dass wir uns gleich eine andere Lobby suchen. Und außerdem, du bist blutrot. Wie bei dem Spiel keine Blut-Effekte an sind oder so. Ey, da bist du ja. Nein. Dreiher von uns, ja. Ey, ey. Darf ich auch? Darf ich auch? Ey, Alter. Hast du verdient. Nein, ich bin schlagen, dann bin ich tot. Lass Wicke töten. Und nein, Mann. Komm. Ich brauch nur noch einen Schlag. Ja, deswegen ja. Hast du verdient, ey. Mann, was hab ich nur für ein Team hier. Mann, Mann, Mann. Ey, am Arsch. Am Arsch. Alter, wie hier gerade die Totenleute rumrennen. Aber ich bin auch richtig erbärmlich schlecht, ey. Das gibt's ja nicht. Ja, ich bin auch nicht ganz besser. Wenn der Eislöfer Bürgermeister spielen darf, dann rape der alles, Mann. Oh, ja. Wie zum Beispiel mein Kopf zweimal in einer Lobby. Das ist ja schön. Rape, Alter. Ja, mein, du bist genau da. Geschwungen, wo der Fall war. Gar nichts. Ja, pech. Na, du. Hast du ja noch was Helfer? Nee. Das ist meiner. Das ist meiner. Michael. Jawoll. Was geht denn bei euch ab, Mann? Die Teamkill. Entschuldigung. Hey. Ich guck euch gerade so, jetzt nicht mehr. Du hast den Aufnehmer geteinkillt, das darfst du nicht. Echt mal, streng verboten hier. Jetzt gibt's eins auf dem Mütze. Du hast die Gegner generatet, aber nicht uns. Was hat denn los? Ich guck mal. Genau, einmal Choknobe spielen. Hey. Kannst du auch mit dem Wasser laufen? Genau. So, jetzt hole ich mir hier einen. Hey. Ich spiel mal wieder... Wie geil ist das denn? Ich spiel den Knopf. Jawoll. Big Bad Wolf ist da auch. Wer ist das denn hier? Das wird... Sag mal. Was hast du? Boah, diese Bogen schlüpfen gehen mir richtig auf Kekse, ne? Oh, Alter. Wir alle drei sind nacheinander verreckt. Hammergeil. Hammergeil. Ich will mit meiner Claymore spielen. Nein, Leute, Claymore ist nicht das, was ihr auf den Boden setzen darf, sondern Claymore ist das, womit ihr losst. Defend the King. Hi. Ich bin dann noch hinter dir. Hallo. Wuhu. Mit meiner Wuppe. Nein, das ist nicht Wuppe. Stopp. Da ist ein Roter. Wo kommen denn den Blauen? Ich bin... Maximum verwirrt. Hä? Hallo? Ja? Ne, wo das meine... Mehrwacht, wenn ich auswählen. Oh, erstmal hier zum König. Hier oben sind sie schon. Ach, Mann. Ich bin die Scheiße. Und drauf. Langschwer. Geh los. Tschüss, Kollege. Weggebracht. Oh, nein. Alter, kam der angejumpt, alter, dieser Big Bad Wolf, leck mich am Stiefel, ey. Was sind die denn ehrlich? Nee, ich seh die, ich seh die gar nicht. Sind oben beim King, Junge, bei the King of the Hill, Junge. Nein. Ach da. Sind alle oben. So, beide, was ist denn? Wollt ihr aber cool aus? Ich war auch schon noch. Ja. Ich will den Hammer haben. Alter, der Hammer ist scheiße. Nein, den Hammer haben wir. Boah, wie die Ameisen hier. Jawoll, Double Kill. Lass dir erstmal einen Double Kill, ey. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Scheißlacker. Ah, da bin ich auch schon down. Tyrannos. Ey. Alter, habst du mit dem da ab, alter, wie der mich wegraved. Alter, weg, wei, ey. Ach komm, jetzt pack ich meine zwei Hände aus. Ey, da raged jemand. Hört euch das mal an. Da geht grad, jemand dreht dich ab hier. Ja, der sagt, fuck mich. Oh, was ey, schon wieder derselbe, Mann. Oh, das war was, mit der zwei Hände ist geschlossen. Alter, warum? Ganz ehrlich, während man diese Sprungattacke macht, hat man eine Mausempfindigkeit, als wenn ich die gegen eine Wand schmeiße und keine habe. Ja, was für eine Scheiße, ey. Wicked verteid, 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 verteid. Alter, da hat er mich richtig überrascht, hier. Verteid, gehe den König, Wicked. Jawoll. Nice. Oh, Gott, ey. Ashtray kam von hinten und hat mich richtig geraped. Ach, ich nehme die Hele-Budys, irgendwie cooler. Ach so, dann gehst du in zwei Hände. Boah, von der Nimm. Oh, Entschuldigung. Wo sind sie, ich mach's alle platt. Jawoll, Tyrannos, du alles sau. Heftig, die der da nicht. Voll verwirrend die Mann. Die Sponsoren, die sind, ähm, in der Nähe von uns und Spawn, glaubst du, oder? Warte, lass mich nicht. Wo? Was ist denn, hallo? Oh, Leute, das wird nicht ganz geschlagen. Scheiße. Ich bin im Sprung gestorben. Das ist ja, sehr clever. Auf jeden Fall. Ich block und, ich block und seine Axt glitscht sich durch mein Schwert. Was sind noch mal hier los? Oh, sind sie denn alle? Die sind jetzt alle. Na, zwei kommen auf mich zu, aber die... Alter, jetzt krieg ich aber richtig Dresche. Oh, Mann. So. Oh, nein, wir haben verloren. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Und sonst ist kein Unterschied mehr. Ich verstehe, ich verstehe Teams. Wow. Nee, eigentlich ich. Nein, ich... Ich hab fünf Punkte mehr als zwei, waren, Junge. So spielt man, Junge, so spielt man. Ich hab dafür bequält. Seit drei Stück. Nein, ich würde... 9,16. Also das... Das ist ja... Oh, Mann. Wir sind alle so scheiße. Ich würde sagen, wir gehen wieder Mace in, oder? Mir geht's besser. Ja, würde ich auch sagen. Und... Sofort die Bunkschätze gesnabt, natürlich. es ist egal ich habe die helle Bade freigeschaltet noch nackt ein und dann im Schwergarmhaus auch Capture Defekt ist cool das heißt sie will die Knechte sind am besten oder sie wird nicht in game ich muss zum Beispiel ich muss zum Beispiel einen Laden war ich würde ich muss hier auch noch nicht jetzt bin ich drin ach nee du bist ja ja halt dein Maul ich bin jetzt gegen den lieben Eislöwen das heißt normaler Eislöwen okay das heißt nur wir verstanden er die meisten Löwe du hast das böse es ist nur 8 Prozent der Altersschwede da wie schon da um die Begriffe folgt von einem Hammerfüßig von euch bist du bei der Flagge aufgrund ich bin schneller ich wollte dich gerade nur noch absnacken ich war auch hinter dir ja ich wusste ja nicht dass du noch warst aber die Bogenschützen sind wieder am Start da müssen wir aber zum Glück gibt es nur zwei und nicht drei Milliarden komm her da wollen wir gucken ich sehe dich ich sehe dich nicht nein geht auf so erstmal die Seite wechseln erstmal ans andere Ufer scheiß Arme ist schützig Hammerkur jetzt bin ich auch Bogenschützer jetzt rape ich euch mal eben auseinander habe ich gehört ich bin ein Losgiller Losgiller aiming oder was was sind die denn da ist eine da kommt er ist so ein der Fischheit was denn sie wurden schützen der warte die ganze Zeit nur auf mich vor ich bin und ich bin ich an dem Fakim Schild abgeprallt eine Mutters abgeprallt am an Wicked ich gebe die Rückendeckung wo bist du denn da noch auf der anderen Seite komm mal mit rüber ich bin Ambruchschützer weggesnackt achso Genderclan wir wollen eben Lebensenergie auffüllen Leute wir haben drei Schützen das ist ja richtig das ist ja loll wenn alles schnell genug ähm klicken dann kannst du auch drei Schützen haben du bist denn du als Löwe erzähl mal so warte mal so auswählen ich denke es um ein Kriegsbogen Scheiße da wollen wir hier ein paar Gegner naja ich wo ich such grad einen Bogenschützen ach so ihr werdet getroffen aber erst mal hier hoch so ich werde Köln ich will es noch nicht gewählt Alter die Welt das ist aus dem ich muss in den Schleim Scheiße bin das war ein Falker die Tiefen gehört die Euro und nicht und wurde noch einer auf den Konto sass und wissen ja auch erzähl mal um ein kleines Bettel machen ich bin nämlich auch Wogenschützer weiter wie was ist denn los heute irgendwie ist mein Ding bescheißen ja wie macht er zu klug nun mit fünf Prozent der Nürnchen macht er zu er auch so ist weg einfach nur doch alter schwede oder dort im rauch zu scheiß immer wieder ja endlich wieder ein kill der wickst das nicht die unsere flagge bist du das eislöwe jetzt bin ich runtergefallen ich komme zu zweit einmal hochgesprungen und gepiezt jetzt habe ich kaum leben ich mache einfach 1 4 mich im stiefen scheiße sehr ordentlich sind auch keine bogen schützen total nervig wenn man eine roche jetzt habe ich einem zwei team wieder ein mitgegeben ich ich bin bei euch in der näher in der flagge weiter wieder da auch ja das nicht warte ich bin auch so spekulisch tot alter ich wollte mich doch verarschen alter der war drauf ok alter scroller soll ich dich mal pieken nein ich stehe hinter dir dann piek ich dir gleich mal im real life was du hast du noch gib mir lieber Deckung soll noch ich war schon immer scheiße als erfolgen leute gleiche fliegt das man mittlerweile unten doch mal was bis gerade hinten bei so einem roten pekinier und so im großen haus ich war ja ich hab's gesehen war ich bin an der Frau auch bei der Flagge bei mir auf der Seite weißt du was ich mein ne okay jawohl mit der Wurfachse ein, wieder gestreckt sehr schön nur für schlecht Bäm Junge du Leute das ist ein Gegner WTF das hab ich gar nicht mitgekriegt nein ich sehe so ein Ritter kommt mal auf mich zu ich denk so oh cool ein Freund von mir ne Bam gib dem jetzt mal aber dafür hab ich noch ein Peking nie weggewebt oh man oh nein so ich verfolge hier gerade ein ich glaub der hat mich noch nicht entdeckt kann auch sein dass es Eiswürf ne ich bin auf jeden Fall hole ich ihn mir gleich ne gut so so der Frau bleibt stehen nachher verpackt es ist da ich bin der Nimmungsgerüst auf den geschossen 3 herrscher zu sich ziemlich genau vertreten ja genau weil es wird wenn er geschützt hat zuvor ich komme zu dir Naja. Ah, hier chillst du wieder? Ja. Gib mir mal Deckung. Wo losst du denn? Wo will ich denn hin? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, das wäre doch ein bisschen was. Wenn du mir das sagen würdest. Unten im Fluss sind welche. Kannst du wegwerfen. Ja, da geh ich hin. Da hinten auf der Treppe, wo die gerade gegen einen von... Oh, da schießen wirks auf mich, ey. Auf alle Ei. Hallo. Wow. Oh nein, gleich bin ich down. Wow. Du Arschloch. Scheiß, ich denke. Ich hab ein Bug, wie geil. Ich hänge fest. 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 Ach so gut, ich hänge nicht mehr fest. Ah, ich hab 5 Sekunden warten, aber ich wieder da. Ja, ich hänge, ich hab grad'n Bug entdeckt. Ich hänge da gerade an der Wand fest. Das ist doch scheiße. Ja, ja, jetzt bin ich ja aber wieder raus. Das war's halt. Hölö. Hölö. Ja. So, keine Pfeile mehr, ist auch gut. Als Punkt schätzt keine Pfeile. Wow. Halt. Ach, mach mal. Du hast gesagt, der Nagel, ey, was du das grad? Du hast gezielt aber kein Pfeile mehr, äh, Magazin mehr gehabt, also. Ich muss erst mal. Hm? Mal gucken, jetzt kommt keine Pfeilehagerl auf euch. Auf uns. Ja. Warum, du bist denn? Nein. Ich hab' jetzt mal etwas schneller gemacht. Ich spiele, oder was? Nein. Vielleicht einfach. Nein. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Weil ich hab' dich One-Shot weggerapet. Ja. Oh, komm. Ey, da seh' ich nur einen und schieße und bam, warst du weg, ey. Ich könnt' mal Hilfe gebrauchen hier. Alter. Trust me, I'm Engineer. Ja, mein Gott, ey. Okay,LSHot, auf. Und nochmal. Gebil los. No.att wird das nicht bei mir. Acht, ich vorhin sagen, ich will die ganze Zeit dieses Schritt und dann so ein. Rüstung 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 Rüstung. Ne, ein paar Jahre alt. Er hat die Probleme. Sie sind wichtig. Ja, ja, alle, alle. bei der einstieg ist ja kein hier wird was müssen wir überhaupt machen hier wie die flaggen einsammeln ich ab dem Ziel zielfällig aus den Augen verloren ich bin hier nur im Blutrausch 3 7 alle sieben zwölf das ist ein weiterer aber ich habe er will er in die Wandschlauch Prozent sind jetzt auch mein Gott sind auch gleich wieder 24 Minuten dauert wieder Stunden zum Rändern naja nicht ganz aber na ja gut ja ich würde auch sagen Leute vielen Dank fürs Zusehen und ja wir verabschieden uns für diese Folge aber schaltet auch das nächste Mal wieder ein vielleicht sind wir zu dritt vielleicht zu zweit vielleicht nicht alleine oder weiß der Geier also Tschö mit Ö Tschö mit Ö